Blegger von Steinach war ein deutscher Minnesänger. Er war ein rheinfränkischer Edelherr mit Sitz zu Neckarsteinach. Personen des Namens Blegger von Steinach sind mehrfach am Hofe und in der Begleitung von drei Kaisern bezeugt. Die Trennung der urkundlichen Bezeugungen Blegger von Steinach 1142 bis 1209 fällt schwer, während die bisherige Forschung in Blegger II. den Dichter sehen wollte, argumentierte Mewis 1993 für Blegger III, der als Begründer der Herren von Hafenberg gilt. Von Blegger von Steinach sind zwei Minnelieder in der Weingartner Liederhandschrift und dem Kodex Manesse überliefert. Der Kodex Manesse enthält zudem noch einen Spruch von 15 Versen und auch ein Autorenbild. Gottfried von Straßburg und Rudolf von Ems haben ihn als einen der bedeutendsten Dichter ihrer Zeit gerühmt. Ihr bei Gottfried in Metaphern des Stickens und Spinnens gekleidetes und von Rudolf nach geahmtes Lob bezieht sich auf eine verschollene epische Dichtung der Umbehank, über deren Inhalt nichts bekannt ist. Spekulativ hat man in der Forschung verschiedene Texte. Insbesondere das sogenannte Einnone-Fragment in einer verschollenen Handschrift aus dem Bodensekloster Salem, damit in Verbindung gebracht. Die neuerdings von dem Historiker Heinz Thomas wieder aufgegriffene These, Blegger sei der Autor des Moritz von Krauen, wird allgemein abgelehnt. In jüngerer Zeit haben der Lokalhistoriker Dr. Jürgen Breuer und sein Bruder, der Germanist Dieter Breuer, Spezialist für früh-neuzeitliche Literatur, die ältere These wiederbelebt. Das Blegger's verschollenes Werk, das Nibelungenlied sei. In der einschlägigen Nibelungen-Forschung ist diese These von Joachim Heinzle und anderen abgelehnt worden. 1827 publizierte August Leibrock einen historischen Roman Blegger von Steinach der Geächtete. Eine Geschichte aus den Zeiten der Kreuzzüge.